hallo leute ja letzte worte waren wir haben eine volle batterie aber ich habe dann gleich gedacht weißt du was macht da mal noch eine batterie hin das wäre vielleicht sinnig dass wir zwei haben einmal bitte hier gestein abbauen und wir bauen auf jeden fall noch einen zweiten rein weil ich glaube das macht sinn dass wir mehr leistung haben ihr schauts logo und dann gehen wir auf den großbildschirm jetzt haben wir ja auch noch ein totes fohlen konnten wir das eigentlich schon beseitigen weiß ich gar nicht mehr egal hier ist eine quest abgelaufen wenig nahrung wenig medizin warmekleidung fehlt drinnen 23 grad klar draußen sind es minus sieben grad ok essen wird gemacht das ist gut so was macht sie jetzt hier gerade ist im stehen oder was an die füttert den hasen einige mal die werkstatt das ist total dreckig die hat schon sauer gemacht daran ist am forschen das auch gut so ist auch schon fast fertig die forschung das gleich sauber macht willi holt essen rein lassen das mal weitermachen das nicht verkehrt wir haben zwei nahrung und wir haben da zwei medizin was ist das hier gerade was hier so lagertechnik sind wir auch ziemlich schlecht aufgestellt macht denn unsere forschung hier 162 an der das der forschertisch 700 von 700 müssen wir uns 664 haben okay das noch ein bisschen hin kannst du hier mal speiseraum reinigen dann sind die nämlich alle ein bisschen glücklicher oder soja das mit dem essen das ist auch so eine sache macht viele denn essen sie holt essen rein und einen zweiten herd priorisieren unmöglich nicht für bauen zugeteilt was macht sie denn jetzt nix anreinige das labor auch noch bitte und die machen nachwuchs glaube oder schmieden bau eine schmiedung mentale waffen wie messer gladius schwerter und streitkolben herzustellen möge das verlegen von sauberen schön metall fliesen immer gleich ins forschungsmühle rein drogen herstellung platten rüstung lange klingen und dann gehen wir gleich schon auf lange klingen oder was automatik hören sind natürlich auch voll geil oder wenn man die automatik türen das geht dann schneller mit dem durchlaufen ich glaube da gewinnen wir viel zeit so dieses feuerach wurde gerade angemacht hier wird leider noch nichts ausgehoben fisch kümmert sich viel zu viel um die tiere meines erachtens komm du baust jetzt erstmal das ding jetzt da ab essen haben wir jetzt drei rationen das ist erstmal ok der hase geht jetzt hier rein ok wir haben jetzt vier rationen das ist schon mal sehr gut hier wird ausgehoben das ist auch gut dann sollten wir gleich gucken dass wir elektrizität hier ohne batterie da vielleicht hinkriegen die geht noch hat er wir können einfach daneben stellen oder holen ich will vielleicht noch mal weiter irgendwann bauen was macht sie jetzt geht nun mal noch steine abbauen macht er was entspannen komm ne da machst du mal gerade auch hier den anderen abbau vielleicht kriegen wir das ja noch hin und dran macht was sitze ich hin und entspannt geht aber dann wieder forschen wir kriegen wir das hier noch fertig dann ist das vielleicht besser mit dem strom so lange hält er nicht vor so forschung läuft speise raum reinigen wenn du da schon nix machst was ist das hier gewesen ok keine ahnung architektur strom warten wir schon batterie einmal da bitte hinstellen wir brauchen noch eine stromleitung das sollte dann klappen oder macht die stände mal fertig das ist auch gut wir bauen kommen wir mal der geroll entfernt hier sind es 16 grad hier sind es 17 grad und hier sind es 15 grad ok küche ist 23 hier auch 23 die schlafräume sind alle ein bisschen kühler hier haben wir minus 18 ok gut alles will ich das mal zu ende machen du musst nicht schon wieder irgendwie die viecher da füttern aber dann wird doch hin wo geht sie denn jetzt noch ein spazieren holt material ok das passt dann ja vielleicht schon ja jetzt hier räum mal dein zimmer auf was ist das da stahl ok warum ist er da hingegangen du machen wir die stromleitung das ist auch eine gute idee sie geht schon wieder irgendwelche häschen füttern oder was unmöglich kann sie denn die leitung bauen glaube nicht kann sie denn die leitung bauen glaube nicht kann sie wende machen kann sie nicht kann sie kochen und dann mit der stufe 6 na super auch reinige labor so das mauerwerk ist gleich in dem zimmer noch nicht ganz aber fast schon bald fertig redrun ist aber wir haben kein feuer mehr im dingensitz wieder die batterie benutzt aber die zweite batterie ist schon fertig aber der anschluss noch nicht warte redrun macht jetzt gerade da vorher rein und elicon ist jetzt fast fertig dann sollen wir gleich erst hier die leitung bauen wieso geht das jetzt hier nicht wieso kann hier keiner jetzt diesen grad headblock da kaputt machen bzw wegtragen wieso kann ich jetzt hier nicht rechts klicken und dann da geht es aber hier geht es nicht oder was kriegen wir den dann aufgeräumt objekt wegtragen kann er das jetzt machen ja jetzt geht es ok an die leitung ist auch schon fertig ok das sah man jetzt natürlich nicht aber dann ist alles gut und das läuft wieder das heißt wir kriegen jetzt hier auch strom rein kann man das hier irgendwo sehen räum ist abscheulich ja klar 11 watt sind da keine ahnung welche einheit das ist wd wattstunden gehen nur watttage oder was heißt das reinige werkstatt essensportionen sind nur zwei da wenn er fertig ist mit essen machen mit putzen dann kann er eigentlich noch mal kochen oder mit damit wir noch eine dritte portion auf jeden fall haben ja macht er aber so oder so schon das ist schon mal gut dann müssen wir ein bisschen mehr essen eigentlich kriegen ja ist auch schon wieder schlafen zeit wohl der hund ist schon drin die anderen beiden wo sind die ok page geht da redrun ist da und macht ein bisschen hofeisenspiel kalksteinblöcke da auch ne ja mit dem essen sind wir erstmal gut abgedeckt ne schmiede wollten wir noch haben gestein abbauen zwei vier sechs machen wir so sieben oder den eingang da das gefängnis das passt mir auch nicht dass das dahinter so sitzt ne vor allem wäre das gefängnis besser hier irgendwo da können wir noch bestimmten mauern bauen rand skulkstein machen wir so und da kommt dann eine tür hin dann kommen die beiden betten dahin aber da haben wir noch kein dach drüber ne und aus kalkstein band glätten band glätten können wir dann nochmal irgendwann machen aber jetzt hier gerade irgendwie nicht ne doch hier könnte man noch was machen und hier auch auch die sind auch noch nicht geglättet glaube ne das ist wohl schon geglättet aber selbst die wand ist noch nicht geglättet ok da ist noch reichlich zu glätten ne die brauchen wir nicht glätten ne lass es so gut alle drei schlafen wir können mal schnell vorrücken das ist mit nahrung sind drei portionen da sogar vier sehr gut so pisch geht schon mal irgendwo hin wahrscheinlich was essen oder sieht danach aus die anderen beiden schlafen noch sie kümmert sich wieder um die Tiere sie ist Jägerin ne Zuweisung ne Zuweisung war falsch Arbeit Tierpflege ist vielleicht ein bisschen so kochen sollte sie auch können aber kann sie nicht ne Feldarbeit kann nur sie dann macht sie da die 1 raus das ist uns wichtig Feldarbeit Erbau könnte sie auch mit 1 machen meines Erachtens die Jägerin machen wir mal eine 2 raus Feli hat auch Bergbau kochen hat Feli 1 ok ach dann bringst du das dass du mich mit 1 weil ne ok so soll es mal sein dann müsste man nämlich einen zweiten Herd machen dass beide kochen können oder gut hier oben können wir noch was abbauen ist hier unten noch was zum abbauen ja da ist auch noch was aber das haben wir schon ausgewählt das ist auch ausgewählt ok und das hier ist natürlich schwierig ne aber das können wir machen wenn dieses hier zu ist Bauwerk streichen nein das machen wir jetzt nicht da kommt noch ein Essen zu ok die Hälfte vom Fortschritt haben wir von der Forschung haben wir gleich jetzt ist die Frage warum hier zum Beispiel nicht weiter gebaut wird oder hier Band aus Granit haben wir kein Granit da liegt jemand und ist tot muss der hier nicht beerdigt werden aha wenn ich jetzt hier wen auswähle wo ist sie ok sie ist da und jetzt hier hin mache beerdigen das ist gut da sind aber schon genug welche drinnen ne das heißt da müssen wir noch ein neues machen Kopie bauen und dann ist das so besser oder den Bilder keiner liegen haben hier ist noch ein Eichhörnchen tot auch irgendwo aufgesammelt oder kann die das aufheben und was macht die dann damit das die Frage ne kann man das hier einlagern dann weiß jetzt nicht was er mit der Bräutermedizin gemacht hat aber die wäre schön wenn die hier reinkommen ne weiß ich jetzt auch nicht Fede macht weiter essen das ist schon mal gut wir haben aber auch schon vier aber es wäre schön wenn wir ein paar Portionen mehr hätten vielleicht ne irgendwie müsste man mal an weitere Mitbewohner kommen hier das ist ja echt schlecht ne kriegt er dann hier mal ein Level ab oder sowas bei kochen ach kann er nicht weil hmm er hat tatsächlich drei im kochen und sie kochen zwei wie ist das denn mit forschen ja sie ist schon die schlaueste da mit dem forschen das macht vielleicht dann auch Sinn ne was macht sie jetzt keine Ahnung was sie da gerade gemacht hat Batterie wird die zweite voll das ist gut und wir haben auch eine Kühlung die funktioniert ok sie macht jetzt hier die Pflanzen oh die sind gar nicht gepflanzt worden das wäre ja auch gar nicht gut gewesen ne Stute 1 hat ein Junges zur Welt gebracht ok da ist es und Fohlen 2 ist das geworden aber bei Fohlen 1 ne hmm leider das weiter gesucht hat nicht wirklich aber so wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal Essen für 2 mach hier wieder sauber bitte mach hier auch sauber sind das die Viecher die hier den Dreck rein machen könnte sein ne dann reinige noch die Küche bitte ach und der Gang sieht auch ganz schlimm aus ne ah die Tür ist schon fertig aber hier geht es nicht weiter so damit ist er fertig jetzt läuft er irgendwo ganz weit weg aber ich wusste jetzt auch nicht wo er vielleicht war das sogar der Auftrag den er jetzt hatte ne ok hat einer auch schon was hingebracht wohl oder die Wand ist schon fertig wer geht da hin was macht er da ach spielen ne dann mach mal hier bitte weiter dass der Raum fertig wird und dann weiß ich gar nicht wie man ein Dach da drüber kriegt glaubt das fehlt da oder mach das auch noch fertig holzboden mach da einen Betonboden hin mach da einen Betonboden hin mal schauen wer den macht ne kriegen wir bestimmt hin ok wie weit ist die Forschung hier konnte man ja auch sehen noch 100 geht erstmal ich würde aber sagen wir machen erst hier einen Cut ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an kriegt damit wie ich das nächste Video hochlade gerne einen Kommentar schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann Ciao bis dann dann